Moin, du bist schon auf den Fersehänden. Ali hat nicht gut geschlafen, weil er kurz schnupfen und husten hat. Der hat mir die Nacht um die Ohren geführt. Okay, vielleicht habe ich wegen der Batterie ausgemacht. So ist es okay? Oder noch mehr? So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen den Helm drauf, aber ist nicht so schlimm. Geht nicht anders. Ja, ist okay. Ich hoffe, das ist gut, oder? Nee, ist nicht gut. Bei mir brauchst du einfach nur draufdrücken. Okay. Muss ich noch festmachen. So, du bist noch nicht so... Ja, das war hier so ein bisschen... Von links? Was? Ja, das war schonmal. Ja, das war also schon, oder? Du bist noch kein Video. So, ich hätte mal drüber springen können. Das muss ich filmen, ne? Wie ich Hilfe bekomme von Chris. Richtig geil. Probieren wir, ne? So, das ist jetzt hier der Moonwalk. Let's go. Moonwalk. So, das ist jetzt hier. einfach dir folgen wieder momentan ist noch flach aber da unten ist nicht aber da unten ist nicht flach abieti nic abieti am spetal nicht mit mal Und jetzt geht's. ja genau hier weiter hier gehts noch runter hier ist helikoptertrail wir können auch den hier nehmen den hier ne aber die bist ja schon gefahren wenn jetzt hier rechts da ist eine downhill strecke kenne ich nicht aber doch wie schon gefahren kannte ich das wird so kurvig unten und dann kommt dieses road gap habe ich schon auf video gesehen von dir mit road gap ehrlich das ist aber eher so so flach gemacht sehr breit und dann kommt sofort eine linkskurve vielleicht kenne ich aber ich verstehe mir etwas anderes road gap wie im olpen okay dann fahren wir hier war die große steine ja hier war ich einmal schon also das meinst du ja hier war ich einmal aber nicht von ganz oben sondern von unten bin ich irgendwie gekommen ja und da unten aber wir können jetzt da den nehmen also okay ja ja was kommt hier? moin wo? 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 ja da sieht gut aus oh ja ja genau ja hier sind wie treppen drei vier stück unten und hier ist nicht so hoch hier musst du übersprungen beim letztes ist hoch ok einfach weiter was war das enjoy passt das passt nicht ja 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 Gut. Juhi, flach! Was ist das? Okay Putz, putz! Juhi, flach! Lungen Lungen Kilo 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 Das war mega gut, mega gut Das war mega gut, guck mal was da ist Bisschen Natur filmen Ist schon September, noch ein Monat, du siehst das nicht mehr Nur auf den Videos Das war mega gut, guck mal was da ist Das war mega gut, guck mal was da ist Das war mega gut, guck mal was da ist Das war mega gut, guck mal was da ist Oh, out of control Here's tricky, can you show me? Where? Here oh pedalen oh it's good again back there whoo yo rollen lassen yes that was not so easy, but it's ok we're driving the first time yeah there are 2-3 parts we'll repeat it again it's cool it's cool it's cool yeah but I'm at the top as before you filmed it it was a little too fast and immediately out of the truck look at how in the near it is yeah oh my camera shock up why 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 this is